so wer ist jetzt wer ist jetzt dran ich weiß es nicht mit melden macht es einfach spaß ich habe ja auch in den folgen die ich heute früh gesagt habe noch extra mal erwähnt dass das alles nur spaß ich würde mich ansonsten auch freiwillig melden hier fällt mir aber ehrlich gesagt nichts ein was man machen kann auch übrigens diese seltsam blink effekt ist neidisch den du für eine sekunde hast das soll die illusion darstellen ist der teil auch schon wieder gemutet warum sagst du nichts skandalös warum hast du eine fette goldene chestorte weil der cholester chest drauf haben ist da drin mehr platz man hat das twerk eine reichweite ein paar steine das wäre fies guck mal wo ich hier stehe und guck mal wo du stehst danke für die steine ich könnte die gut brauchen ja bitte nein ich brauche kein theorien die wette gilt aber los ich weiß leider was du machst aber hier ich rede von meiner plattform du weißt bescheid okay jetzt habe ich kein diuretstein mehr und kein normalen stein mehr jetzt brauche ich neuen stein dann musst du wieder dort herstellen apropos wie läuft meine dort fahren 23 läuft ich muss mir noch eine zweite etage anlegen das machen wir jetzt äh oh ja so ist das ist falsch wir verstehen dich nicht bitte klär uns auf schreibt tiger die schon wieder ich glaube er hat bauchbilder bekommen ich würde mich freuen über bilder von ne das breche ich jetzt nicht aus mrence ist wieder nichts bergerm uns bei sassen mich aus jedem nicht muss aber sie machen Mal ganz ehrlich, was ist Falschbettchen? Warum Müllhausen? Warum nicht zum Beispiel, ich fiste Sarah? Für alle, die wissen, wann wer Sarah ist, niemand. Wenn ihr mir kurz einen Gefallen tun könnt, oder später einen Gefallen tun könntet, die Nacht war bitte nicht schlafen, ich möchte nämlich gleich mal was austasten. Was, wir sollen nackt schlafen? Nicht schlafen! Achso. Das habe ich auch verstanden. Ja! Also ich habe damit kein Problem, ne? Aber da muss schon so eine richtig heiße Schnecke mit bei mir sein. Cassie. Apropos, Melvin. Ja, was? Wie sieht es mit deinem Lover aus? Lover? Ja? Den wolltest du uns doch mal vorstellen und in den DC holen. Nein, in den DC. Ja? Wirklich? Jetzt hast du doch mal gesagt. Ich könnte ja auch von uns gleichzeitig zu sprechen, das macht echt Angst. Wir sind Vater und Sohn. Das stimmt. So ist das. Ja? Hast du noch nie gewusst? Nee. Das stimmt. So wahr meine Bäume jetzt wachsen werden. Hahaha. Sie wachsen nicht. Doch. Es sind schon drei Stücke wachsen. Ich sehe dich halt da drüben nur so ein bisschen. Da wachsen sie. Blub, 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 blub. Die Arsch-Gang. Boah, ich hab wieder Hunger. Ernsthaft. Oh, ich kann jetzt... Oh. Warum? Okay, mein Leben ergibt keinen Sinn. Warum? Bist du runtergefallen? Nein. Ich habe gerade das... Gerade. Oh, das Projekt wird immer besser und besser. Ich schlau mir ein. Naja, guck dir mal. Bei Steampunk müssen wir uns zusammenreißen. Hier können wir die Sau rauslassen. Das stimmt. Wurzel ich. Das stimmt. Achja. Bei Steampunk muss ich ja noch normal wirken. Hahaha. Der war gut. Du und normal. Außer ich werde die Rolle Straßenpänger. Ja. Dann kann ich wirklich jede Rolle spielen. Du kannst verrückter Professor spielen. Ey, warte mal. Ich werde Straßenpänger. Du bist der Straßenmusikant mit deiner Ukulele. Straßenpänger? Nein! Bring ihn nicht auf dumme Gedanken. Bitte nicht. Das macht er schon selbst. Hahaha. Stimmt. Hast du jemals nicht im Pfad erlebt? Oder nicht? Ich habe schon eine andere Pfad von dir erlebt. Ich will fahr. Die Pfad hinten raus. No. So. Was? Ich fühle mich da herwaltigt. Boah. Ey, hör auf. Das ist Übelzieher und so. Boah. Ey, hör auf. Boah ey. Dann fühle ich mich eben benutzt. Das hört sich besser an. Wie? Na, indem du das sagst. Ich habe Obsidianhelm rausbekommen. Ich habe gleich meine Rüstung komplett. Man fühlt auch nur noch so gesehen in die Hose. Und ich vor allem, ich habe... Warum habe ich das Slingshot rausbekommen? Als ob ich die hier machen würde. Welche schön doof. Ich habe gerade gebaut. Malvin, willst du eine Slingshot haben? Dann kannst du dich zum Spawn hüpfen. Nein. Das... Ey, ey. Ich habe mir die. Ich brauche die. Nö. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Nö. Kommt zu mir. Nö. Nö. Seit wann kommt der Knochen zum Hund? Seit wann kommt der Hund zum Knochen? Ist schon dauerhaft. Wenn sie was zum Lutschen brauchen? Wo endet das heute? Drei. Es war 21 Uhr. Tatsache läuft. Wie viel offen habe ich denn jetzt überhaupt schon gemacht? Das ist die dritte? Fünf. Ne ist die dritte. Stimmt, fünf. Ich habe heute Fritz's Fail gemacht. Fünf. Und ich habe noch nicht ein einziger davon geschnitten. Ich habe jetzt geraten. Kannst du mal sehen? Ey, ich bin krass. Oh Gottchen. Krass. Bin ich krass, Alter. Melvin, siehst du? Ich bin krass. Ja. Seit drei Folgen will ich eine Tinker Schmelze haben. Wisst du das? Seit... Äh... Ich weiß gar nicht, seit wie viele Folgen ich denn schon eine habe. Bei dir. Seit dem ganzen Projekt will ich einfach nur ein Crucible. Ja. Und was machst du? Sepplings setzen, twirken, abbauen. Setzen, twirken, abbauen. Du machst gar nichts anderes. Ja, weil ich Stein brauche. Dann frag doch mal jemanden. Wir haben so viele Steine. Ich komme vorbei. Ich gebe dir jetzt Stein. Nein, Larte. Ich habe mehr als genug. Nein, Larte. Äh... 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 Ey, was ist... Was ist falsch mit euch? Irgendwo schadet uns hier. Boom. Äh... Ja, ich durb drei Reisen. Na, Melvin, gib ihm den Stein wieder. Gib ihm den Stein wieder. Ich hab keinen Stein. Ich hab... Ich hab nochmal eine drei. Äh... Also bitte einmal klein machen. Einmal? Ja. Das sind 32 Doppel-Compressed Cobblestone. Melvin? Uh! Melvin, das kennen wir doch von Stranded. Viel Spaß beim Kleinmachen. Was? Da haben wir ja mehrere Tage davon gebraucht. So, wie, äh... Oh man. Wie viel ist einer nochmal? Einer sind 81. Ach so. Melvin, ich hab ein Geschenk für dich. Äh... Und das darfst du nicht... Das musst du annehmen. Äh... Ja... Du schenkst ihm jetzt nicht das Schild, was ich dir geschenkt hab. Nein, keine Sorge. Keine Sorge. Was ist das denn? Was ist das denn? Das... Was hat er dir geschenkt? Jetzt bin ich neugierig. Uuuh... Oh je. Das ist, äh... Nein. Nein. Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... Das heißt... Okay, dass es irgendwas versaut ist. Nee. Muss nicht sein. Ja. Es ist ein Pebis. Aber... Nein. Es sind zwei Boobs. Nein. Nee. Was ist das? Sehr interessant, aber nein. Was ist das denn? Ey, ich bin neugierig für das jetzt wissen. Nein. Ich muss jetzt mal meinen kompletten Stuff in der Truhe legen. Nur kurz. Äh... CO2? Ja. Was hältst du eigentlich von Stegos auf? Sind sicherlich lecker. Gut. Yay. Habe ich jetzt was gut bei dir? Ja. Ich baue mir jetzt eine zwei Fahrstühle. Ach Leute, die Kiste ist unten? Ja. Ja. Bei mir ist die Kiste gerade offen. Ach so, weil da die ganze Zeit was reinkommt. Das sieht so bescheuert aus. Hä? Das kommt die ganze Zeit da hoch. Hä? Das halte ich in Ehren. Ja, weil hier vorne was angeschlossen ist. Ja, aber das wird bei mir nicht hochgehen. Das geht bei mir nicht hoch. Nur jetzt bin ich's öffner. Okay, bei mir war es jetzt gerade die ganze Zeit offen. Ja, jetzt ist es offen. Ja, bei mir war es gerade dauerhaft offen. Was kann ich denn damit machen? Und was kannst du damit machen? Mit einem wunderschönen Market. Jo. Oh, stimmt. So kommst du an die ganzen Siebs ran. Ich hab'n Fahrstuhl. Ey. Ich hab'n 21 Uhr und meine Kinder machen Radau. Du hast'n Fahrstuhl? Nice. Ja, ich hab'n. Es gibt nur normalen Fahrstuhl. Ne, es gibt so verschiedene Arten von Fahrstühlen. Naja. Den weißen, normalen. Ich hab'n. Weil es gibt den von RF Tools auch noch. Achso. Ne. Ich hab'n. von Elevator Mod. Hm. Weil ich zum Glück, äh, ein paar Ender Perlen hatte. Ähm. Nein. Wie hast'n du dein, 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 dein... Ähm. Diese, diese Pflanzen bekommen. CO2. Äh. Welche denn? Womit du dieses komische DAS draus bekommst. Oder dieses, dieses Grünere. Äh, meine Ferium-Pflanzen meinst du? Ja. Die wusste Craft, ne? Craft, beziehungsweise ich hab' sie aus einer Loochest bekommen. Den machst du dir? Äh. Äh. Äh, nen Seed nehmen und einmal mit Inferium umringen. Und Inferium bekommst du von Mobs. Hast du Inferium? Ne. Meine lieben Kinder, wollen nicht schlafen. Ja. Also, Mevin. Ich mach' dir nen Vorschlag. Ja? Was? Brauchst du immer noch nen Crucible? Du musst ja Lava herstellen. Ja. Tyrox, du musst... Ich mach' dir nen Crucible. Ich hab' schon nen Crucible, jetzt. Arsch. Ich hab' den schon längst gemacht. Arsch! Was fällt dir ein? Jetzt ist meine Folge kaputt. Nein. Hm. Danke. Toll. Du hast es echt toll gemacht. Oh, die fährt hier ein. Oh, ja, warte. Warte, warte. So, das bedeutet, dass du von mir nie wieder einen Like bekommst. Boah. Boah. Ich würd' nicht jetzt gerade kurz einen zum Opfern kommen. Warum? Weil ich nen Compressed Creeper hier drin hab. Hä? Aua. Okay, wir dachten... Jetzt kannst du dran kommen. Bei uns ist schon wieder was. Nee, ich wollt' nur den Compressed Creeper immer hochnehmen lassen. Sonst ist alles wieder raus, Mensch. Reicht. Die funktioniert. Oh, du hast nen Vector Plate. Gut. Ja, und? Äh, oben hat die Strate, äh. Ich suche eben kurz das Item raus. Hier sind noch ein bisschen Creeper. So. Äh, ne ist's nicht mehr. Kennst du die Dinger? Das hier? Ja. Das... Äh, ich hab' oben mit den Dingern Cust-Earth-Wern stehen lassen und hab' die mit, äh, auf die Cust-Earth-Vector Plate gemacht, dass die hier in den Fallschacht reinfallen. Und, äh, Widder Skelette lass' ich über Witchwater spawnen. Wenn nämlich Skelette mit Witchwater in Berührung kommen, werden sie zu Widder Skeletten. Hm. So. Ich hab' jetzt zwar Platz, aber... Warte mal das Seil, äh... Mit, äh, mit was bewegst ihr hier unten? Elector Plates. Äh, wenn denn hier diese... Na, äh, warte. Also nicht das. Ich müsste hier, da. Gib dir mal ein, dass du ja das Crafting Rezept davon, äh, schneller findest. Die kannst du haben. Ich hab' die über noch. Slimeball... Ja, gut, du gehst. Kurzes Snickle. Das einzige Problem bei Witchwater ist das, äh, Spinnen zu... äh, Dings Spinnen-Werben, Cave Spiders. Ja, gut. Was ist der deutsche Begriff von Cave Spider? Gift Spinner. Ja, Höhlenspinne, stimmt. Boah! Das ist ja ekelig hier. Warum Spinnen sind doch schöne Tiere? Nee, ich find' Höhlenspinne als Begriff eklig. Okay, ich muss erstmal die Aufnahme hier beenden, meine Tochter steht vor der Tür. Boah, yo. Boah!